Oh! Mit einem schweren Gerät müssen sie hier. All right Der Wind dreht sich so oft. Oh, guck dir das an! Schön! Der Auto ist hier ganz versteckt. Der Wind dreht sich so oft. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und so ist es richtig schön Und so ist es richtig schön Und so ist es richtig schön Das kenne ich von Fernsehen, ja So, die erste Bushaltestelle hätte ich Und so ist es richtig schön 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 Rechts gehen Und so ist es richtig schön 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 Oh, ist das hübsch! Da ist ein Zopfhänder. Da sieht man gerade aus, sagt er sich. So, da sind wir jetzt hier. Wie geht da die Straße dann weiter? Das ist nur eine Hauptstraße hier. Die Sonne kommt sogar noch raus. Guck dir die Berge. Oh, das ist doch nicht mehr normal. So kenne ich das als Kind. So, dann schädert die. Ein Zopf. Na, glaub einfach mal. Da. Da. Ist hier. Oh, ist das traumhaft schön. Nein. Ist das so? In Goslar. Über Haarenklee. Da ist der Zopf. Da ist der Zopf. Da ist der Zopf. Oh, guck dir das mal an. Da. Jetzt sehen wir. Noch Autos. Aufgrund. Not. Du bist hier. Na ja, aber ich verstehe kein Internet. Da ist der Parkplatz, Harz Klub, alter Bahnhof. Oh, ist das traumhaft schön. Von der Landschaft. Ach, hier halten die Busse. Dann weiß ich das hier auch. Und dann noch ein Kram. Damit muss man rechnen. Ich träg mir nachher nochmal eine Schmerztablette rein. Das ist nicht schlimm. Einmal gefallen. Hier sind Toiletten aber. Glatt. Soll man jetzt hier weiter. Da ist die Straße rein. Hier geht es eigentlich raus von der Stadt. Wie will es hier mal um? Da ist die Straße. Hier geht es wahrscheinlich eher raus aus der Stadt. Hier ist kein Bürgersteig. Hier ist ein Stück Bürgersteig. Hier ist kein Bürger. Da hinten, da geht einer lang. Da komme ich ja wieder da. Krankenhaus, siehst du, da ist das lang. Da müssen wir noch berg hoch gehen. Da muss ja hier ein Bürgersteig sein. Hier. Da ist kein Bürgersteig. Da ist es schön. Hier würde ich sagen, geht das weiter. Da ist der Zug. 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 Da macht es schön. Da ist der Zug. 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 Aber der kann ja gar nicht bremsen. Da ist der Zug. Da ist der Zug. Da ist der Zug. Der Zug. und weg und auch die die da gestoßen die kam war die haben so terminiert und wo die noch und dann die Das war's für heute. Jetzt einen großen Schritt. Das ist nicht normal mit dem Schnee. Berliner Straße. Ein paar Geschäfte. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ein bisschen leckeres. Das steht ja jetzt einfach hier. Das kann ja noch nicht mehr stehen. Das ist weg. Da muss der auf die Straße gehen. Das war's für heute. Oh, ist gar nicht geräumt. DAK Altenheim. Ne, Altenheim. Das war's für heute. 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 Ich hab's noch nicht gesehen. Dann muss es hier noch weiter gehen. Das war's für heute. Ich hab's noch nicht gesehen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der dreht auch durch Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist kaum gestreut hier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Löschen. Das ist ein Fisch. Das hat das Schöte. Das ist ein Fisch. Ratzkeller, die wird zu Ende sein, der Ort. So, dann mache ich das doch. Dann muss der Rusten. Dann muss ich auch nicht drücken hier. Aber hier scheint die Ästler zu Ende. Ich wollte jetzt hier rüber. Das wird so zu. Die Räufe. Ich habe schon was. Das ist schön. Hey, 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 hey. Noch einer, der hier ist. Oh, hier ist aber glatt Eis. Vielen Dank. Oh, hier ist aber mehr Eis. Wo lang haben die hier? So, jetzt geht es weiter. So, jetzt geht es weiter. So, jetzt geht es weiter. Ach, hier kam alles aus hier. Klamotten. Deutsche Bank ist hier. Oh, guck, geht das mal an. So, das war die Stadt. Großspazierer mit einem Kloster Zellerfeld. So, da war ich vorhin da. Die Lecke. Und jetzt vom Weiteren. Jetzt die Krone. Ach, Steghaus. Ja, Gaststätte. Hotel Golde Krone. Das ist heute noch. Oh, das ist heute hier. Oh, das ist heute hier. Also hier. Oh, das ist heute hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Den Weg, den bin ich ja gegangen. Da wollte ich nochmal lang. Hier ist die Baustelle. Hier mal lang. Hier ist die Baustelle. Hier ist die Straße glatt. Oh, guck dir das an, wie schön. Hier ist die Tür. Hier wird man einen Stock doch mitnehmen sollen. Hier ist die Straße. Ja, da ist die vorne geht. Schön aus. Oh, ist das hübsch. Die hat man nicht erkannt, richtig. Die Straße wird nicht gehen, die ist so glatt. Oh, guck dir das, wie schön das ist. Aber die Klinge würde mir auch noch interessieren. Schnee liegt ganz besser. Schaut an. Und ich bin... Ich bin ein bisschen. Aber ich bin ein bisschen. Statt. Wieder Strom weg wie gestern. Möglich ist jetzt hier wieder Krankenwagen. Oberkochstraße. Der hat jetzt auch zu tun. Da läuft es schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, da muss ich jetzt lang. Das ist kein Lidl. Das ist ein Fußweg. Das ist ein Problem hier. Du siehst keinen Fußweg. Da drüben sehe ich ihn. Da ist ein Fußweg. Hier auch. So, weiter. Schwer zu erkennen, wie viel Fußweg und was raus ist. Das ist eine Haltestelle. Mal gucken, was hier fährt. Hier sind Schilder. Hier ist noch die eine Frau ausgestiegen. Aber da kommt der mit einer. Das stelle ich da rein. Die Musiker von da drüben. Das muss hier sein. Hier ist die ja ausgestiegen. Jetzt drinnen. Das ist eine Ampel, aber die ist tot. Los. Oh. Hier sind die noch auf. Die Stadtwerke. Die Kloster ist der Löffel. Der Löffel ist der Löffel. Die Löffel ist der Löffel. Ah! Und wenn das freie, okay. Scheiße, ich weiß nicht. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Auch Stadtwerk. Teppich aus. Was soll ich denn? Schön, wir fahren so. Ich bin hier schon mal richtig. Mit den nächsten fallen ja ein paar mehr. Ja, hier bin ich hochgegangen. Hier bin ich hochgegangen. Hier ist das Haus. Hier ist der Bushaltestelle. Dann werden wir mal gucken. Lass ihn da rumfahren. Dann werden wir mal gucken, wie er fährt. Eine Stunde einer nach. Hier bin ich hier hochgegangen. Das ist so schön. 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 Entschuldigung, darf ich was fragen? Bitte. Sie filmen. Ja. Das ist so schön.